Ich habe mich gefragt, was hält Menschen heutzutage noch davon ab, vegan zu leben, obwohl sie vielleicht Filme wie Dominion gesehen haben, obwohl sie vielleicht Aufnahmen von Soko Tierschutz gesehen haben oder von anderen AktivistInnen gesehen haben. Was hält die Menschen noch zurück, vegan zu werden, obwohl sie vielleicht anerkennen können, ja, das ist ziemlich schlecht, ziemlich grausam, was mit Tieren passiert, aber warum beteiligen sie sich immer noch daran? Deshalb habe ich hier meine kleine bescheidene Community gefragt und das Ergebnis gucken wir uns in diesem Video an. Bei meiner Umfrage habe ich drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gegeben, weil das meiner Meinung, meiner Erfahrung nach die drei Hauptgründe sind, die die Menschen noch zurückhalten, und zwar einmal das soziale Umfeld, also Freunde, Familie, Kolleginnen und so weiter. Oder zweite Möglichkeit, ich weiß nicht, wie ich mich wirklich ernähren soll, wenn ich vegan lebe. Oder einfach dritte Antwort, ich bin zu faul, ich bin zu bequem, ich habe einfach keinen Bock, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das sind so die drei Hauptdinge, auf die es am Ende zurückkommt. 30 Menschen haben abgestimmt, davon 47% für mein soziales Umfeld, 17% für ich weiß nicht, wie ich mich richtig ernähren soll, und 37% für ich bin zu faul, was wenigstens eine ehrliche Antwort ist. Jetzt würde ich gerne zu den drei Antwortmöglichkeiten meinen Ansatz anbieten, wie man mit diesen Schwierigkeiten, mit diesen Herausforderungen umgehen kann, wenn man vegan leben möchte. Nummer eins, mein soziales Umfeld hält mich zurück. Natürlich gibt es die Fälle, wo Familienbeziehungen kaputt gehen, andere Beziehungen, freundschaftliche oder auch romantische Beziehungen kaputt gehen, weil einer der beteiligten Personen sich dazu entscheidet, vegan zu leben. Das ist natürlich absolut Kacke. Ich meine, es ist ja äußerst tragisch und traurig eigentlich, dass eine Beziehung kaputt geht, welche Beziehung auch immer, nur weil sich eine der Personen dazu entscheidet, nicht mehr grausam zu Tieren zu sein, beziehungsweise Tierrechte zu respektieren und nicht Tierrechte zu verletzen. Das ist ja eigentlich keine Grundlage, eine Beziehung aufzulösen. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von unnötiger Gewalt, im Gegenteil. Wir reden nicht von Betrug, wir reden nicht von Lügen, sondern wir reden einfach nur davon, Tiere in Ruhe zu lassen. Und das sollte eigentlich nicht Grundlage dafür sein, eine Beziehung hinzuschmeißen. Und ich kenne aus eigenen Berichten eben diese Fälle, wo das passiert ist. Das heißt, ich möchte das hier nicht absprechen, dass das existiert, dass das soziale Umfeld einen wirklich zurückhält und aktiv quasi daran arbeitet, dass man nicht vegan wird. Aber ich denke, in den meisten Fällen, wo Leute die Ausrede haben, dass das soziale Umfeld sie zurückhält, ist es eigentlich gar nicht der Fall, sondern sie haben es vielleicht einfach noch gar nicht versucht. Vielleicht haben sie Angst. Also die Menschen, die vegan leben möchten, haben vielleicht Angst vor der Reaktion von dem Umfeld. Aber das heißt ja nicht, dass das Umfeld sie aktiv zurückhält. Vielleicht besteht die Angst, zurückgewiesen zu werden. Vielleicht besteht die Angst, sich erklären zu müssen. All das sind aber vielleicht in den meisten Fällen unberechtigte Ängste. Ich kann ja kurz aus meiner Erfahrung sprechen, wie es bei mir war. Also ich hatte das Glück, das Privileg, wie auch immer, da nie groß Steine in den Weg gelegt bekommen zu haben von meinem Umfeld, weder Familie noch Freunden noch von Studienkollegen oder Kolleginnen oder sonst irgendwas. Und zu Beginn, als ich vegan war, wussten das die anderen Menschen noch nicht mal, weil ich habe es komplett für mich gemacht. Also ich habe es natürlich für die Tiere gemacht, aber ich habe es nicht nach außen kommuniziert. Bei mir war es so, dass das auch nicht groß aufgefallen ist. Nicht, dass man es zurückhalten müsste, aber wenn ich jetzt in der Mensa in der Uni beim Essen war zum Beispiel, habe ich sowieso nie da was zu essen bestellt, weil ich sowieso ein kleiner Monk bin, was Ernährung anbetrifft. Das heißt, selbst in der Zeit, bevor ich vegan gelebt habe, habe ich nicht in der Mensa gegessen, habe ich nicht bei McDonalds gegessen oder bei Burger King gegessen, sondern hatte immer mein eigenes Essen dabei oder habe einfach nichts gegessen und nichts getrunken, sondern einfach so am Tisch gesessen. Das heißt, wenn jetzt jemand Angst hat und sagt, oh nein, was soll ich denn machen, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin mit Freunden, kann ich ja gar nicht mehr essen gehen. Doch, du kannst entweder was vorkochen oder du kannst dich natürlich im Vorfeld drum kümmern, und heute noch viel einfacher als damals, ein veganes Restaurant rauszusuchen, aber du kannst auch einfach vorher essen und trotzdem an dem Abend dabei sein, ohne was zu essen. Das ist ja nicht automatisch schlecht. Also auch das geht. Also wie gesagt, ich habe das nie nach außen getragen damals, heute im Gegenteil, und deshalb hatte ich da auch nie groß Steine in den Weg gelegt bekommen. Als es dann rausgekommen ist sozusagen, ich habe vielleicht hier mal irgendwie durchklingen lassen, und ich esse kein Fleisch oder keine tierischen Produkte, vielleicht in so einem Nebensatz, aber da hat nie jemand wirklich nachgefragt. Aber einmal gab es eine Situation, da ging es dann auch in einem Gespräch um Essen oder so, und jemand fragte mich, ob ich auch Steak esse. Das ging wie um Steak-Restaurants oder sowas. Und ich so, nee, nee, esse ich nicht. Und dann sagt er, bist du vegetarisch? Ich so, nee, ich bin vegan. Und dann, oh, krass. Und dann kam so die Reaktion, ach so, jetzt verstehe ich auch, warum du nie in der Mensa was isst. Ich so, ja, unter anderem ist das der Grund. Ach so, ja, cool, kein Problem. Und dann kamen natürlich Fragen und je mehr Menschen das dann halt, hat er sich natürlich herumgesprochen, und je mehr Menschen das wussten, haben dann natürlich auch mehr Menschen gefragt, wie machst du dies, wie regelst du die Situation, wo gehst du essen, wie kochst du das? Das sind ja legitime Fragen und davon sollte auch niemand von euch Angst haben. Das heißt, wenn jemand zuguckt und denkt, ich habe Angst vor meinem Umfeld, weil Fragen kommen, das ist ja nichts Schlimmes. Natürlich werden Leute fragen, wie machst du dies, wie machst du das, wie kochst du dies, wie schmeckt jenes oder so. Kriegst du deine Proteine her, kommt sowieso immer die Frage. Aber dann scheut euch nicht, diese Fragen zu beantworten. Und wenn ihr denkt, ich kann die Fragen nicht beantworten, dann sag einfach, weißt du, ich habe keine Ahnung, auf die Frage habe ich keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich Tierrechte respektieren möchte und den Rest ist mir eigentlich egal. Das ist ja auch eine valide Antwort. Also du musst auch nicht Angst haben, wenn du jetzt vegan leben möchtest, dass du jede Frage beantworten musst oder dass du tausend Argumente jederzeit schlagfertig bereithalten musst für jeden möglichen Einwand gegen Veganismus, nee, musst du nicht, absolut nicht notwendig. Natürlich fühlt man sich manchmal komfortabler, wenn man ein paar Argumente auf Lage hat, aber man kann auch einfach mal sagen, weil darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, habe ich keine Ahnung, ist aber auch jetzt, ändert aber nichts daran, dass ich Tierrechte respektieren möchte. So und kommen wir zu dem Fall, selbst wenn es dann so ist, ist, dass ein paar Leute aus der Gruppe vielleicht wirklich so anti-vegan sind und dir da Riesensteine in den Weg legen und vielleicht gar die Freundschaft beenden möchten und sagen, ah nein, wenn du nicht mehr zu uns zum Grillen kommst, dann will ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Da würde ich sowas antworten wie, okay, ich habe mich jetzt entschieden, für Tierrechte zu sein und nicht mehr für die Ausbeutung von Tieren zu bezahlen. Ich schreibe dir nicht vor, was du zu machen und zu lassen hast. Du kannst gerne, was heißt gerne? Eine mögliche Antwort. Mach, was du willst. Du bist sowieso für dich verantwortlich. Ich kann dich sowieso nicht ändern. Ich habe für mich entschieden, keine tierischen Produkte mehr zu essen oder in irgendeiner Form zu konsumieren. Wenn wir auf dieser Basis keine Freundschaft mehr haben können, dann ist das äußerst schade. Ich würde mich freuen, wenn wir die Freundschaft weiterführen könnten, wenn wir vielleicht essen gehen in ein veganes Restaurant finden können oder vielleicht sogar ein Restaurant finden können, wo es vegane Optionen gibt oder vielleicht können wir was selber kochen oder ich bringe was zu essen mit oder wir treffen uns einfach auf ein Bier. So, weil Bier ist vegan. Wenn das nicht möglich ist und du die Freundschaft beenden möchtest, nur weil ich Tiere in Ruhe lasse, dann sei es so. Denn, seien wir mal ehrlich, wenn jemand mit euch nichts mehr zu tun haben will, weil ihr Tiere in Ruhe lasst, dann ist das vielleicht auch vorher keine Freundschaft gewesen und dann ist das vielleicht auch kein Mensch, den ihr in eurem Leben haben müsst, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ganz schön lang rumgelabert. Zweiter Punkt. Ich weiß nicht, wie ich mich richtig ernähren soll. Und das kann ich wieder, ein Stück weit kann ich es natürlich verstehen, weil es vielleicht auch kompliziert erscheint auf den ersten Blick, aber auch auf der anderen Seite kann ich es nicht verstehen, weil ich habe genügend Videos auf meinem Kanal, wo man sehen kann, wie man sich ernähren kann. Ich habe eine ganze Playlist dazu, man kann mich jederzeit anschreiben. So, und das Gute ist, ich bin jetzt nicht die einzige Person, die das auf YouTube macht. Mein Podcast ist auch voll mit Tipps, könnt ihr auch einfach mal durchscrollen, durchgucken. Und es gibt so viele Leute, die auf YouTube vernünftige Informationen raushauen. Darunter Nutrition Made Simple, The Nutri War kann man sich angucken. Dann kann man schauen bei Simon Hill, dem Podcast. Es gibt natürlich auch deutschsprachige Leute, die das sehr gut machen. Zum Beispiel der Instagram-Kanal von Watson Nutrition ist ganz cool. Nico Rittenau haut super Infos raus, gibt genug Bücher dazu. Fragt die Leute, wen ihr Fragen habt, fragt mich, wen ihr Fragen habt. Schaut euch ein bisschen auch auf den Ernährungsfachgesellschafts-Websites um. Ganz schön langes Wort. Und da werdet ihr feststellen, dass so im Grunde genommen immer dasselbe am Ende stehen bleibt auf dem Hauptnenner. Und zwar viel Obst, viel Gemüse, Vollkornprodukte bevorzugen über raffinierten Produkten, Hülsenfrüchte essen, Nüssen und Samen essen und gerne auch Öle nicht verschmähen. So, Punkt aus. Das sind so die Grundbausteine. Möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, nicht mit dem Salz übertreiben, nicht mit Zucker übertreiben. Alles keine neuen Feststellungen. Gescheit supplementieren, viel selber kochen und fertig. Und wenn man dann diese Basis schon mal drin hat und da ein bisschen rumprobiert, dann wird man vielleicht nach 1, 2, 3, 4, 5 Monaten was auch immer merken, okay, jetzt versuche ich mal vielleicht ein bisschen proteinreicher zu essen oder vielleicht ein bisschen kohlenhydratreicher oder ein bisschen fettärmer oder fettreicher zu essen. Das hängt ja auch immer ganz davon ab, was man für Ziele hat, wie man sich gerade fühlt, in welcher Lebenssituation man steckt und so weiter und so fort. Aber die Grundbasis, diese Grundbausteine, die ich eben genannt habe, wenn ihr die beherzigt, dann könnt ihr gar nicht mehr so viel daneben liegen. Und wenn ihr immer noch unsicher seid, ja, dann konsultiert ihr vielleicht eine Ernährungsfachkraft. Gibt es auch. Online wie auch offline. Es gibt die Hilfe online, es gibt die Bücher. Schreibt mir, ich helfe euch. Also da ist eigentlich keine Ausrede mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie ich mich vegan ernähren soll. Bei so vielen veganen Channeln, wo es Millionen von Millionen von Rezepten gibt und Tipps und Tricks und Bücher und Posts und Podcasts und alles Mögliche, das kann wirklich keine Ausrede mehr sein eigentlich, um weiterhin Tiere schlachten zu lassen. So, letzter Punkt. Da kann ich eigentlich nur noch weniger zu sagen. Ich bin zu faul, mich zu ändern. Ja, Faulheit oder Bequemlichkeit ist natürlich keine Rechtfertigung für Tierquälerei und ist auch keine Rechtfertigung, um Tiere in irgendeiner Form auszubeuten, zu töten, ihnen das Leben zu nehmen, sie einzusperren, etc. Das würden wir ja im menschlichen Kontext auch niemals gelten lassen. Und zu einigen der Kommentare unter diesem Post würde ich gerne noch ein bisschen Stellung beziehen. Und zwar haben wir einmal hier, hab nicht mit abgestimmt, okay, hab davon alles gesehen und meine Ernährung daraufhin umgestellt. Also die Filme wie Dominion zum Beispiel. Soziales Umfeld ist echt hart für mich, aber lieber lebe ich einsam, als meine Werte zu verraten. Richtig. Sehr, sehr wichtiger und richtiger Punkt. Würde ich so zu 100% unterschreiben. Ging mir genauso. Ich dachte mir, selbst wenn ich alle meine Freunde verliere, ich werde mich nicht verraten. Weil für mich ist einer der größten Werte in meinem Leben ist Integrität und zwar auch mir gegenüber. Das heißt, ich werde nicht anfangen, meine Werte zu verraten, nur damit andere mich mögen. Das wird nicht passieren in diesem Leben, in meinem Leben. Und das gilt auch schon ziemlich lange, dass ich mir gedacht habe, gut, dann verliere ich halt Freundschaften. Aber bevor ich tierische Produkte esse, verliere ich lieber eine Freundschaft. Das heißt nicht, Achtung, das heißt nicht, dass ihr automatisch alle Freundschaften verliert, wenn ihr vegan werdet. Ich würde nur sagen, für mich, selbst wenn sich etwas dadurch auflöst, dann ist es eben so. Nächster Kommentar. Erst seit es dort, wo ich einkaufe, eine sehr reichhaltige Auswahl an veganen Produkten gibt, ist es mir gelungen, dauerhaft Tierisches von meinem Speiseplan zu streichen. Schön, dass es immer mehr vegane Produkte gibt, die es immer leichter machen. Dennoch, wenn du jetzt in einer Stadt lebst, wo es kein veganes Restaurant und keine top ausgestatteten Supermärkte gibt, wirst du immer noch die Möglichkeit haben, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte etc. zu kaufen, Grundnahrungsmittel, aus denen man A, leckere und B, gesunde und C, tierausbeutungsfreie Gerichte zaubern kann. Das heißt, die Ausrede, wenn mein Supermarkt hat nicht genügend vegane Burger, kann auch, das lege ich dieser Person nicht in den Mund, aber das kann nicht Ausrede sein, dafür weiterhin Tiere zu verslafen. So, noch zwei Kommentare. Der erste, keine der Antworten trifft zu der Hauptgrund, warum ich nicht vegan lebe, beziehungsweise mich nicht vegan ernähre, ist, dass die vegane Ernährung bei weitem nicht die gesündeste Ernährung Ernährungsform ist. So ist es, wenn man Supplemente hielt, blablabla. Ja, da könnte ich eine eigene Folge dazu machen. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Du bist also nicht vegan, weil die vegane Ernährung nicht die beste Ernährung ist. Erstmal gibt es nicht die vegane Ernährung. Veganismus ist eine Lebensweise oder genauer gesagt, ein ethischer Standpunkt gegen die Ausbeutung von anderen fühlenden Lebewesen. So, innerhalb dieses Standpunktes kann man natürlich seine Ernährung gestalten. So, jetzt kannst du dich aber natürlich von veganem Junkfood ernähren. Du kannst dich vollwertig pflanzlich ernähren. Du kannst viel selber kochen, viel ins Restaurant gehen. Du kannst dich roh vegan ernähren. Du kannst nur Suppen essen. Du kannst viel Protein, wenig Protein, viel und so weiter und so fort essen. Alles möglich innerhalb der veganen Ethik. Das heißt, zu sagen, die vegane Ernährung ist nicht die beste, ist schon mal falsch, weil es gar nicht die vegane Ernährung gibt. Es ist eine Möglichkeit, sich zu ernähren. Also, es besteht die Möglichkeit, sich frei von tierischen Produkten zu ernähren. Aber innerhalb dessen gibt es natürlich unendlich verschiedene Variationen. Das heißt, die vegane Ernährung gibt es nicht und deshalb ist der Kommentar an sich schon Quatsch. Und danach ist die gesündeste Ernährungsform. Es gibt auch nicht die pauschal gesündeste Ernährungsform für alle Menschen der Welt. Und jeder, der euch das erzählen will, hat auch nicht wirklich viel Ahnung von dem, was er erzählt. Oder sie. Das heißt, zu sagen, Low Carb ist das Beste, Ketogen ist das Beste, Plant Based ist das Beste, Whole Food Plant Based ist das Beste, Ernährungsform XY ist die Beste. Das kann man pauschal nicht so sagen. Dafür sind Menschen eben zu verschieden. Und zwar nicht, ich rede jetzt nicht davon, dass wir genetisch so weit auseinander sind, dass für die eine Person das am besten ist, nur rohes Fleisch zu essen und für die andere Person nur rohen Brokkoli. So weit liegen wir nicht auseinander. Aber wo wir auseinander liegen, sind in unseren Lebensrealitäten. Es gibt Menschen, die sind schwanger. Es gibt Menschen, die stillen ein Kleinkind. Es gibt Menschen, die sind 60, 70, 80, 90, 100 Jahre alt. Und es gibt Menschen, die sind 10, 20, 30 Jahre alt. Die einen sind vielleicht Hochleistungssportlerinnen, die anderen sind vielleicht in einem Seniorenheim. Glaubt ihr, diese Menschen haben alle die beste, oder es gibt für all diese Menschen die beste Ernährungsform? Die eine Person will vielleicht mehr Protein essen. Die andere will vielleicht mehr Kohlendrat essen. Die eine hat vielleicht Schwierigkeiten zu kauen. Legt deshalb Mehrwert auf gekochte Sachen, was völlig okay ist. Eine stillende Person hat eben einen anderen Nährstoffbedarf als eine Person, die nicht stillt. Und ein heranwachsender Jugendlicher hat einen anderen Nährstoffbedarf als eine 80-jährige Rentnerin. Ist doch völlig logisch. Also zu sagen, die Ernährung ist für alle Menschen in jeder Lebensform die beste ist Quatsch. So, innerhalb der veganen Ethik gibt es aber eben unendlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu ernähren und auch die Ernährung entsprechend anzupassen, jeweils auf die entsprechende Lebenssituation. So, und jetzt der wichtigste Punkt. Selbst wenn es nicht, selbst wenn wir jetzt den Punkt so stehen lassen und eine Ernährung ohne tierische Produkte ist nicht die beste, wie soll man das heißen soll. Sagen wir auf Langlebigkeit bezogen vielleicht. Weil was heißt schon die beste? Heißt die beste, wo ich am längsten lebe, am wenigsten Krankheiten habe. Was heißt das? Ist ja auch egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Selbst wenn es der Fall wäre, dass wenn ich jetzt, weiß nicht, einmal im Jahr ein Stück Steak esse, dass meine Lebenserwartung um ein Jahr erhöhen würde, dann wäre es dennoch nicht gerechtfertigt. Genauso wenig wäre es gerechtfertigt, Menschen zu züchten und zu essen, nur weil das unsere Lebenserwartung, also von den Menschen, die diese anderen Menschen essen, irgendwie erhöht. Es wäre völlig absurd zu sagen, jetzt tauschen wir mal Hühner in der Massentierhaltung für Menschen aus oder mit Menschen aus. Und wir würden sagen, das ist gerechtfertigt, denn wenn Menschen Menschenfleisch essen, dann leben wir länger. Ja, das ist ein hypothetischer Fall, das ist nicht der Fall. Aber genauso wenig, wie man sagen kann, Rindfleisch verlängert mein Leben um ein Jahr, was Quatsch ist, aber selbst wenn es so wäre und deshalb ist es gerechtfertigt, Kühe zu essen, wäre es genauso wenig gerechtfertigt zu sagen, Menschenfleisch verlängert mein Leben um ein Jahr, das ist gerechtfertigt Menschenfleisch. Weil Menschen, Füße, Menschenexkrement, was auch immer zu essen. Also das kann nicht Grundlage dafür sein, fühlende Lebewesen auszubeuten, nur weil andere Lebewesen davon vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr länger leben. Das würde im menschlichen Kontext keinen Sinn machen, also warum sollte es in dem anderen Kontext von fühlenden Lebewesen einen Sinn machen. Aber gut, dass das überhaupt nicht der Fall ist und wir uns vollwertig pflanzlich ernähren können, genug gescheit, wollte ich sagen, supplementieren können und innerhalb der veganen Ethik eine Ernährungsweise finden können, die ohne Tierausbeutung auskommt und die trotzdem gesundheitlich zuträglich und nicht abträglich ist. Und zum letzten Kommentar, keine der Antworten, ich kaufe keine tierischen Produkte im Supermarkt mehr. Wenn ich ganz selten mal Eier oder einen Käse kaufe, circa einmal im Monat, dann fahre ich dafür zu einem Biobauernhof und hole sie dort ab. Damit kann ich leben, zumindest bis ich mich irgendwann entschieden habe, selbst vegan zu sein. Und worauf ich hier eigentlich nur raus will, ist der Punkt, damit kann ich gut leben. Die Tiere nicht. Das ist der Punkt. Ja, selbst wenn es sich für dich gut anfühlt, wenn du einmal im Monat, was auch immer, tierische Produkte konsumierst, in welcher Form auch immer, werden dafür am Ende des Tages trotzdem diese fühlenden Lebewesen ausgebeutelt und früher oder später getötet. Auch auf dem Biobauernhof. Auch Legehennen auf einem Biobauernhof leben dort maximal zwei Jahre, werden dann geschlachtet, weil sie nicht mehr genügend Eier produzieren. Auch die Biomilchkühe leben nicht länger als acht Jahre, weil sie dann auch geschlachtet werden, weil sie nicht mehr profitabel genug sind. Das gilt für alle tierischen Produkte. Die basieren alle auf Ausbeutung und am Ende auf Schlachthäusern. Das heißt, die Tiere können de facto nicht damit leben, dass du das kaufst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst vielleicht damit leben, aber darum geht es ja nicht. Es geht dir beim Veganismus nicht darum, wie das sich für dich anfühlt. Und natürlich darf es Spaß machen, neue Rezepte auszuprobieren oder eine neue Lebensweise zu entdecken, aber das ist nicht der Hauptgrund, der Hauptfaktor. Der Hauptfaktor ist, dass man es für die Tiere macht bzw. diese nicht weiter ausbeutet. Ob du daran Spaß hast, ist sekundär. Und dann der Punkt zumindest, bis ich mich entschieden habe, vegan zu leben. Warum entscheidest du dich nicht jetzt, vegan zu leben? Wie viele Tiere müssen noch leiden? Wie viele müssen noch durch die Hölle gehen, durch Schlachthäuser gehen und zerhackt werden, bis du endlich mal die Entscheidung getroffen hast, vegan zu leben und diese Tiere in Frieden zu lassen? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich hoffe, es ist schnell, weil die Tiere brauchen jetzt Hilfe bzw. wir müssen jetzt Tierrechte etablieren, damit nicht noch mehr unnötiges Leid in der Welt geschieht für nichtmenschliche Tiere. Und ich glaube, das Video ist auch lang genug geworden. Ihr habt, denke ich, meine Punkte gut verstehen können. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, wenn das so ist. Gebt gerne ein Like, abonniert den Kanal, sprecht drüber, teilt das Video. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Instagram, wie auch immer. Ich helfe euch weiter. Jetzt bin ich raus. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.